Intercity 5 nach Winterthur, Zürich Hauptbahnhof, Genf Flughafen, Abfahrt 16.58 Uhr, Gleis 2. Regio Express nach Romanshorn, Kreuzlingenhafen, Konstanz, Abfahrt 17.15 Uhr, Gleis 6. Intercity 5 nach Rorschach, Abfahrt 17.05 Uhr, Gleis 2. Intercity 1 nach Gossau, Zürich Hauptbahnhof, Genf Flughafen, Abfahrt 17.07 Uhr, Gleis 1. Vereinann Gleis 2. Untertitelung des ZDF, 2020